Als wir im Juni die Waldschenke besuchen, sind die Bauarbeiten am neuen Pool noch in vollem Gange. Wir sind neugierig, deshalb geht es als erstes zur Baustelle. Im September führt unser erster Weg sofort wieder zum Pool. Und welch eine Freude, alles ist fertig. Und wir freuen uns schon auf das erste Bad. Es gibt nichts Schöneres als vor dem Frühstück ein Sonnenaufgang in die Flüten zu steigen. Musik 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 Musik